Es ist der gewaltigste Anschlag in der Serie. Am 27. April steht ein türkischer Gemüseladen in Flammen um 3 Uhr nachts. Knapp 30 Menschen sind zu diesem Zeitpunkt im Haus. Einer von ihnen, Franz Xaver Freimuth, erwacht durch die Explosion einer Gaskartusche auf. Das ging ziemlich schnell. Wo man dann eben auch vor der Entscheidung stand, schaut man, dass man die jetzt noch aufwecken kann, die Nachbarn, oder dass man eben flüchtet. Eine Minute oder zwei Minuten länger und wir wären wahrscheinlich gar nicht mehr rausgekommen. Weil das hat dann, wie gesagt, hat ja schon alles gebrannt. Panik bricht aus, als viele der Bewohner durch die Tiefgarage flüchten wollen und eine Kellertür klemmt. In letzter Sekunde geht sie doch noch auf. Und wir wussten ja auch nicht, was danach kommt. Das war ja das Nächste. Weil es sind ja nochmal drei Türen, bis man zur Tiefgarage kommt. Hätte sein können, dass man dann nicht mehr rauskommt. Durch sein Eingreifen können sich die meisten Bewohner gerade noch selber retten. Die anderen befreit die Feuerwehr. Doch der Schock sitzt tief. Viele haben ihr Zuhause bis heute verloren. Es gibt weitere Anschläge in Waldkreiburg, oft mit Pflastersteinen, immer auf türkische Läden. Wochen später wird er festgenommen. Ein Deutscher mit türkisch-kurdischen Wurzeln, Muharrem D. Es werden Bomben bei ihm gefunden. Der Polizei sagt er, er sei ein IS-Mann. Natürlich, man wusste nichts. Wir haben immer gedacht, irgendwie rechtsradikale Mürzeln. Am Ende ist sowas rausgekommen. Es hat uns schockiert natürlich. Ein knappes Jahr später in München. Der Prozessauftakt gegen Muharrem D. Wir sehen den Angeklagten zum ersten Mal und fragen uns, warum attackiert ein türkischstämmiger 26-Jähriger ausgerechnet türkische Läden? Handelte er wirklich im Auftrag des IS? Wir fahren nach Waldkreiburg, sprechen mit vielen Beteiligten. Es gelingt uns, Kontakt mit den Eltern des Attentäters aufzunehmen. Sie wollen über ihren Sohn sprechen, aber nicht erkannt werden. Seit Monaten schlafen sie kaum noch, erzählen sie uns. Die Taten ihres Sohnes können sie sich nur durch dessen Drogenkonsum erklären. Er habe sich damit völlig kaputt gemacht. Ja, die letzte Zeit war ganz nervös und der ist immer geschlafen, hat nicht gegessen, hat so wie Magersucht ausgeschaut und wir bräuchten Hilfe. Wir haben schon selber Termin ausgemacht bei dem Arzt bei Sucht, aber der hat nicht unsere Hilfe angenommen. Und die Polizei hat gesagt, der ist schon volljährig, als Eltern können sie nichts machen. Keiner hat uns geholfen. Vor Gericht erzählt Muharrem D., er habe sich stundenlang Hassvideos des IS angeschaut. Speziell auch Videos gegen Türken und die türkische Regierung, wegen ihrer Rolle im Syrienkrieg. Hat Muharrem D. deshalb später Türken attackiert? Als er verhaftet wird, hat der Attentäter Bomben und Sprengstoff bei sich. Er sagt, er habe noch türkische DITIB-Moscheen sprengen und Imame erschießen wollen. Wie konnte es dazu kommen? Eine Zeit lang haben Muharrem und seine Eltern keinen Kontakt. Da soll er sich hier in der salafistischen El-Salam-Moschee in München aufgehalten haben. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Sein Vater sucht den Sohn und findet ihn hier. Ich habe gesagt, Muharrem, so geht nicht. Kommst du mal, deine Schwester, Mama ist auch draußen, kann man sprechen zusammen. Na, ich mag nicht, da sagt er. Na, habe ich gesagt, kommst du mal bitte draußen. Und dann rausgegangen sind, meine Tochter und meine Frau hat geweint, mir ist auch geweint. Und dann, der sagt dann, na, ich komm nicht. Welche Rolle hat die Moschee gespielt? Hat Muharrem D. hier sogar gewohnt? Wir erreichen den Imam der Moschee telefonisch. Er will uns keine Auskunft geben, bestätigt aber, dass er beim Prozess als Zeuge aussagen muss. Wir stoßen auf eine weitere Spur. Muharrem D. sagt aus, er habe Kontakt gehabt mit Bernhard Falk, einem höchst umstrittenen Salafisten. Falk bietet islamistischen Straftätern seine Hilfe an. Auch er steht regelmäßig im Verfassungsschutzbericht. Worum ging es bei dem Treffen? Jetzt hat er vor Gericht behauptet, dass er sie getroffen hätte. Ja, ich treffe so viele Leute. Einmal, zweimal, vielleicht dreimal. Was ich ja vermisse, ist kontinuierliche Arbeit. Ich bin ja als Zeuge geladen und insofern, das ist Gegenstand des Verfahrens. Und da möchte ich das dann auch diesbezüglich bei belassen. Ist Muharrem D. ein IS-Kämpfer? Oder hatte er keine echte Anbindung an die Szene? Diese Frage soll im Prozess geklärt werden. Ich gehe schon davon aus, dass er versucht hat, da Kontakt aufzunehmen. Woran es gescheitert ist, weiß man letztlich nicht. Diese Versuche, ins Ausland zu kommen, vielleicht da wirklich mitzukämpfen, die sind schon im Grunde von vornherein gescheitert. Welche Rolle spielte dabei sein geistiger Zustand? In einem Beschluss des Bundesgerichtshofs im Vorfeld des Prozesses wird auf einen Sachverständigen Bezug genommen, der Muharrem D. Schizophrenie bescheinigt. Kurz nach seiner Verhaftung, da gab es schon deutliche Züge für eine Psychose. Es hat sich wesentlich gebessert, aber an seinen Aussagen, an den Widersprüchen, meine ich, hat man nach wie vor gemerkt, dass er auch weiterhin krank ist und behandelt werden muss. Kurz vor seiner Verhaftung taucht Muharrem D. wieder zu Hause auf. Er randaliert, wirkt wie von Sinnen. Die Eltern bekommen Angst vor ihrem eigenen Sohn, rufen die Polizei. Der hat schon auch meine Blumentöpfe auf den Boden geschmissen und hat gesagt, meine Mama ist eine Hexe. Und dann haben wir schon gemerkt, psychisch ist das nicht normal. Die Eltern sind erleichtert, dass ihr Sohn nun endlich einen Drogenentzug hinter sich hat. Inzwischen ist er aus der U-Haft einstweilig in die Psychiatrie verlegt worden. Wir haben nicht andere Wahl gehabt. Und jetzt ist er eingesperrt worden, wird behandelt. Und ich bin sicher, dass der normal wieder nach Hause kommt. Bei vielen betroffenen Waldkreiburgern hat sich der Schock durch die Anschläge tief eingegraben. Man versucht schon irgendwie das nachzuvollziehen, was ist in dem Menschen vorgegangen, was hat er sich dabei gedacht. Aber wir, sagen wir mal, als normal denkende Menschen können sowas nicht nachvollziehen.